Los, goldene Maske zu den Mayas. Kommt geht das Gewitter los. Kaum sind sie im Regenwald angekommen. Meine Fresse, ist das ein Mist. Was die Kerle, die wollen eine Maya-Maske stehlen. Niemals. Na Jungs, da ist schon der Tempel. Da, gleich werden wir fündig. Haha, seht doch nur. Da hinten, ja, 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 da. Da, mach mal die Palme zur Seite, Benni. Oh, da ist die goldene Maske. Haha, jetzt sind wir reich. Endlich hat es geklappt. Jo, ach, das strahlt ja nur so. Sieht doch nur. Doch was ist das? Brüllt da nicht was? Ich höre was. Oh, ich kriege langsam Angst. Was ist denn da los? Da kommt ein Unti auf uns zu. Oh, ein Jaguar. Rette sich, wer kann. Renn, rennt, 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 rennt. Oh. Hahaha. Na, mein Guter. Die haben mal sehr schön in die Flucht geschlagen. Was? Hahaha. Hahaha. Hahaha.